Die zwei schwarzen. Och, siehst du, jetzt geht der Robby weg. Ja, der geht wieder auf sein Sofa. Nicht, der Robby geht wieder auf sein Sofa. Genau, geh mal rauf, Robby. Fein. So, da stört sich keiner. Keine Kämpfe. Kein Gar. Und du liegst fein auf deinem Sofa. So, ist das ein Wunsch. Damit das auch mal alles sehen. Das ist das Zimmer von Robby. Der natürlich auch rein darf. Magi, mach mal hallo. Wie du feiner, fein magst du. Du ein feiner bist du, ja. Ja.